Hallo, ich bin der Rudi und wenn dich interessiert, wie dieses Friday-Phil funktioniert, dann bleib jetzt dran. In der Zwischenzeit vergiss nicht, meinen Kanal noch zu abonnieren, dann verpasst du nicht, wenn etwas Neues von mir online geht. Dieses Fill-In ist an und für sich harmlos aufgebaut. Es laufen prinzipiell Sechzehntelnoten durch, das mache ich ganz gerne, da muss man nicht groß überlegen, einfach laufen lassen. Und dann spiele ich in der ersten Takthälfte ein Single-Paradidle und in der zweiten Reihen Single-Strokes. Klingt dann so. Dreie Unte, Viere Unte. Das ist schon alles. Jetzt geht es an die Orchestrierung. Im Single-Paradidle bleibt die linke Hand auf der Snare und die rechte Hand spielt die Toms im Kreissystem quasi von hoch nach tief. Dreie Unte, Viere Unte. Und hier mache ich dann ganz gerne noch einen richtigen Akzent auch auf die 2. Die Silbe Pa ist beim Paradidle ja eigentlich eh immer ein bisschen hervorgehoben, dass das auf der Zielzeit 2 dann tatsächlich auch wie ein Backbeat gibt. Die Tom-Melodie soll schön rausgearbeitet werden und deshalb die anderen Snare-Noten als Ghost-Node. Und noch einmal. Dreie Unte, Viere Unte. Und in der zweiten Takthälfte beim Single-Stroke spiele ich im Prinzip zwei Akzente mit der rechten Hand auf der Snare. Und nach dem zweiten Akzent zieht die linke Hand das Kreissystem runter zur Stantum und am Ende den letzten Schlag mit rechts auch noch mit auf das Stantum dazu. Dann klingt das folgendermaßen. Auch hier die Füllnoten auf der Snare nicht zu laut spielen, damit die Tom-Melodie gut rauskommt. Und dann klingt das Füll-In insgesamt so. Dreie Unte, Viere Unte. Noch einmal. Dreie Unte, Viere Unte. Und jetzt im Wechsel mit einem Grundrhythmus in Tempo 60. Eins, zwei, drei, vier. Und in Tempo 80. Eins, zwei, drei, vier. Und zu guter Letzt auch noch in Tempo 100. Eins, zwei, drei, vier. Möchtest du noch wissen, wie man weiter mit Rudiments kreativ viel ins Gestalten kann, dann schau doch mal auf meiner Kursseite vorbei. Ich hoffe, dir hat dieses Friday-Film wieder eine Inspiration fürs Wochenende zum Üben gegeben. Lass mir gerne ein Like da. Abonniere doch meinen Kanal, damit du nicht verpasst, wenn was Neues online geht. Ich wünsche dir viel Spaß das Wochenende mit diesem Friday-Film. Tschüss, dein Rudi. Musik